Hallo, mein Name ist Marc Spitzhauer. Ich bin der Regisseur von der nackte Wahnsinn. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon. Ich habe seit zwölf Jahren inszeniert hier. Die letzte Produktion, die er gemacht hat, war Schlaber Lügen nicht. Und wir sind alle ganz gespannt auf die Premiere am 24. August von der nackte Wahnsinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017